Musik Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du dabei bist. Heute geht es um Pride, heute geht es um den Pride Month und auch um das ins Licht treten. Ob das jetzt in Schwarz-Weiß ist oder in Regenbogenfarben, wie auch immer. Und es geht mir da heute jetzt gar nicht um irgendwelche sexuellen Orientierungen oder zu sagen, das eine ist besser als das andere, sondern es geht schlicht einfach mal um das Prinzip. Wie bin ich auf das Thema des Videos gekommen? Ich habe heute die Schlagzeile gesehen in der Kronenzeitung. Ich blende sie hier mal ein. Eine Protestaktion, wo von Candylicious, einer Drag Queen in Wien, die ich neulich fotografiert habe, eine Störaktion gestartet wurde. Da wurde ein Hauseingang zu einer Bibliothek zugemauert als Protest, dass quasi Candy dort ein Kinderbuch vorliest und womöglich die Jugend oder die Kinder verdirbt mit ihren extravaganten Ideen. Und da habe ich mich zuerst einmal sehr betroffen gefühlt. Erstens einmal kenne ich Candy, ist ein ganz wunderbarer Mensch. Und natürlich gibt es jetzt doch diesen ganzen Pride-Aktionismus, dieses Pride-Monat, wo quasi die LGBTQ-Szene sich zeigt und ihm Flagge bekennt. Da kommen wir eigentlich schon zu dem Thema, um was es mir heute aus der energetischen Sicht geht. Denn grundsätzlich muss man einmal sagen, ist es aus dem energetischen Level her völlig egal, ob du Mann bist, ob du Frau bist, ob du divers bist. Also das Geschlecht spielt in dem Sinn jetzt keine Rolle, jetzt rein einmal von Fluss der Lebensenergie her, wie deine Lebensqualität läuft. Also energetisch gesehen, muss ich sagen, ist das relativ neutral. Wir wissen auch, dass Geschlecht, Sexualität natürlich jetzt auch im Chakren-Modell, also von der Bewusstheit her, eher so die unteren Chakren betrifft. Wurzelschakra und das ist eher ganz weit weg vom Kopf. Da sollte man sich gar nicht so viele Gedanken machen, das sollte man halt machen und schauen. Ja, im Prinzip jeder, wie es ihm gefällt und jede, wie es ihr gefällt. Und ist so meine Grundeinstellung mal zu dem Thema. Aber wieso stößt gerade jetzt in dieser Zeit, wo so diese Pride-Aktionen laufen, wo auch beim Linzerathaus die Regenbogenfahne hängt, wo Paraden abgehalten werden, wieso schwappt es jetzt gerade diesen Hass so hoch? Und das ist ein wichtiges Prinzip energetisch, das auch du in dein Leben einbauen solltest und erkennen solltest. Denn alles, was du nach außen wirfst, jedes Kommentar von dir, je lauter du schreist, umso mehr wird sich eine Gegenseite, ein Gegenpol bilden. Das ist eben das Prinzip der Dualität. Es gibt immer Licht und Schatten, es gibt immer beides. Und deshalb werden natürlich auch durch dieses besondere Herauskehren, demonstrieren, dieser Bewegung, die Gegenbewegungen auch stärker. Das geht immer Hand in Hand. Man bekommt keine Uniformiertheit, eine Meinung rein. Es wird immer Gegenpole geben. Und diese Gegenpole werden sich auch immer das Gleichgewicht halten. Egal wie medial berichtet ist, das ist eigentlich immer, je mehr Druck aufgebaut wird, umso mehr Gegendruck gibt es. Und da gibt es keine Einheit. Alle Versuche, etwas zu normalisieren, unter Anführungszeichen, was auch immer das heißt, etwas zu normieren, etwas unter ein Dach zu bringen, etwas gleich zu machen, müssen automatisch scheitern. Und deshalb flammt auch dieser Gegenprotest hoch. Und das solltest du dir auch bewusst machen. Das heißt, du kannst nicht irgendetwas in die Welt werfen, ohne Gegenwind zu haben, ohne einen anderen Pol zu haben. Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Das bedeutet, dass du in deinem Innersten klar sein musst und hundertprozentig zu dir stehen solltest. Also du solltest nicht irgendwo Zweifel haben an dir selber. Du musst das, was du in die Welt trägst, davon musst du innerlich überzeugt sein und stabil sein und nicht hoffen, dass das irgendwie auf Gefallen stößt, sondern dass du sagst, das nehme ich so wahr, so nehme ich mich wahr, so lebe ich. Und das ist mir wichtig und das trage ich auch in die Welt hinaus. Und dann spielt das keine Rolle, was du bist, welche Rasse du hast, welcher Sexualität du dich zugehörig fühlst, nach welchem Geschlecht du dich definieren möchtest. Dann geht es darum, dass du in dir sicher bist und klar bist. Und dafür ist eben auch die Energetik wichtig. Dafür ist es wichtig, sich dieser Tendenzen bewusst zu machen. Wenn wir jetzt nur im Außen sind mit diesen Berichten, eine Aktion erzeugt eine Gegenaktion, das sehen wir in allen Dingen, in allen politischen Entscheidungen, in allem, was uns jetzt so bewegt. Das ist das Wesen der Welt. Und wenn du sagst, das ist normal und das sollte so sein, wenn du jetzt Anhänger oder Sympathisant der Pride-Bewegung bist, das ist normal, Liebe sollte alles besiegen, das sollte normal sein, dann wirst du jemanden finden, der sagt, das ist nicht normal, weil wir nicht so gemacht wurden, weil Gott das nicht möchte oder weil es unnatürlich ist. Für den ist das die Normalität. Und welche Normalität hat denn da jetzt Recht? Für dich die Entscheidung, das ist eine Entscheidung. Was ist für dich stimmiger? Und da musst du dann schauen, wo zieht es dich hin mit deiner Stimmung, mit deiner Realität. Aber lass dir nicht aufdrücken, das eine oder das andere ist besser oder schlechter, sondern das sind alles, das sind alles mal Meinungen, die im Außen sind und du musst aber deinen eigenen Standpunkt vertreten und zu dem dann auch stehen. Und damit lässt sich nicht debattieren. Und darum wird man auch niemanden so umkehren können, so wirklich. Und man sagt, na, wenn man überzeugt ist, wenn man in sich stabil ist und ganz klar ist. Erstens einmal ist diese Klarheit nichts, wo man streitet oder wo man stur ist, sondern das ist eine sehr ruhige, klare Sicherheit, die du dann in dir entwickeln kannst. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wesentlich. Und nicht nur in der LGBTQ-Szene, nicht nur jetzt auf Pride ausgelegt, sondern natürlich auch auf jegliche Religiosität, auf jegliche Meinung. Das, was für dich richtig ist, was für dich normal ist, das sollte dir ein Fundament geben, das sollte dich stabil machen, das sollte dich stützen. Und wenn es dich stützt, dann ist es stimmig für dich. Wenn es dich labiler macht oder unsicher macht, egal welche Ideologie das ist, wenn dir auf Angst basiert, dann ist es aus meiner Sicht so, dass wahrscheinlich etwas falsch ist. Sobald man sich fürchtet, sobald man das Gefühl hat, man verliert etwas oder es ist irgendetwas, wie gesagt, Angst geprägt, das lässt sich nicht halten, das verursacht eher Stress, das macht dich nicht ruhiger, das macht dich nicht zufriedener. Und dann bitte, bitte überprüf das mal und schau mal, ob du nicht einen positiven Ansatz findest. Das wäre heute eigentlich so mein Wort zum Sonntag, obwohl es am Freitag ist. Und mir war das jetzt einfach mal wichtig. Noch einmal, jeder Pol im Außen ergibt einen Gegenpol. Da wirst du nicht dagegen halten können. Wir können nicht, auch wenn wir sagen, ja, es wäre schön, dass alle den Frieden lieben, wir werden immer irgendwo einen Konflikt haben. Das geht gar nicht anders. Und deshalb, ja, prüf einfach, was hast du in dir, was macht dich sicher, was macht dich stabil, was gibt dir eine Leichtigkeit, was gibt dir einen Stolz, was gibt dir Freude, was möchtest du ausdrücken aus dir heraus. Und dann tu das und stehe zu dir, egal was es ist. Denn dann kann ich dir aus meiner Sicht als energetischer Therapeut durchaus sagen, dann wird es laufen. Denn wenn du zufrieden bist, glücklich bist und dich ausdrücken kannst, dann hast du auch diese unendliche Kraft und unendlichere Energie, die eigentlich jedem und jeder von uns zusteht. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis nächstes Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, teile es, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ereli. Tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.